die biochemischen abläufe im meerwasser sind hochkomplex wenn wir jetzt versuchen ein stück dieser natur zu uns nach hause zu holen in die meerwasser aquarien dann versuchen wir mit den verschiedenen messparametern ein gewisses gleichgewicht darzustellen ist dieses gleichgewicht aus dem ruder versuchen wir dort an diesen parametern zu schrauben um es wieder herzustellen doch jeder noch so kleine eingriff in unser meerwasser aquarium führt eine reaktion mit sich je nachdem wie groß das becken ist kann sich das schnell egalisieren aber es kann auch zu einem schleichenden prozess führen zum beispiel wenn technik versagt dass wir gar nicht bemerken dass dort parameter aus dem ruder laufen und dann kann sich durch die summierung dieser prozesse ein gewisser wert darstellen lassen und zwar ist die rede hier von dem redox wert der redox wert misst die oxidations und reduktions prozesse in unserem meerwasser aquarium und durch diesen elektronen fluss in unserem meerwasser aquarium können wir diesen wert in millivolt für uns sichtbar machen in einem eingefahrenen meerwasser aquarium liegt dieser bereich zwischen 350 und 450 millivolt und diesen wert zeigt dir der millivolt monitor von aquamedic im lieferumfang selber befindet sich natürlich das anzeigegerät mit passender spannungsversorgung die elektrode ein kleines werkzeug ein 50 ohm widerstand und einen saugnopf mit der du die elektrode im becken positionieren kannst sei es irgendwo im becken selber oder im technik becken das ist egal auf jeden fall sollte an dieser stelle eine umströmung stattfinden und erst kurz bevor du die elektrode in dein becken rein macht solltest du sie aus dieser kleinen flüssigkeit ziehen der kleine behälter der dabei ist denn wenn du sie zu lange an der luft lässt dann führt das zur zerstörung der elektrode und das wäre auf jeden fall viel zu schade wenn du jetzt deine position gefunden hast und möchtest die elektrode im becken positionieren oder hast sie positioniert dann kann es sein dass dir der wert der dir das messgerät anzeigt erst mal nicht der richtige messwert ist denn diese elektroden müssen über einen längeren zeitraum erst mal eingefahren werden es bildet sich dann ein biofilm auf der elektrode und erst nach sieben bis zehn tagen kommt es dann zur richtigen messung redox messgeräte werden nicht kalibriert da sie eine spannung messen aber was du machen kannst ist du nimmst dir den 50 oben widerstand schließt ihn anstelle der elektrode an den monitor und stellst mit dem mitgelieferten werkzeug den wert genau auf null du nimmst also eine nullpunkt verschiebung vor diesen vorgang machst du am besten immer vor der verwendung einer neuen elektrode dann ab damit in dein becken und wenn du dir dann immer noch nicht sicher bis gibt es immer noch lösungen wo du dann noch mal den wert ablesen kannst den die lösung anzeigt sollte dort 100 millivolt differenz entstehen sollst du auf jeden fall die elektrode austauschen dann ist sie wahrscheinlich wahrscheinlich alt oder defekt im meerwasser aquarium kann man den redox wert anheben bei der verwendung von zum beispiel ozon hier bemerkt man dann erst ein absinken und erst im laufe des tages steigt dieser wert dann langsam an dabei werden dann unerwünschte gelbstoffe zerstört ozons aber nicht ganz ungefährlich es kann auch hochgiftig werden und diesen wert kann man dann mit dem millivolt monitor beobachten und wenn dieser wert zum beispiel über 450 millivolt ansteigt solltest du auf jeden fall das ganze wieder runter regeln damit der wert dann wieder nach unten kommt wenn du zum beispiel die vodka methode verwendest oder irgendeine andere substanz um den nitrat wert in deinem meerwasser aquarium zu senken dann kannst du das ganze auch beobachten und gegebenenfalls eingreifen denn wenn du zu viel du siehst wenn du eine über dosierung durchführst kann es zu einem sauerstoffmangel in deinem meerwasser aquarium führen und das wäre ganz ganz schlecht das heißt dieser millivolt monitor visualisiert dir das und wenn du zum beispiel einen nitratfilter verwendest dann sollte der wert zwischen minus 150 und minus 250 millivolt sein um einen optimalen betrieb für dein meerwasser aquarium zu gewährleisten es gibt die verschiedensten gründe warum du einen millivolt monitor in betrieb nehmen solltest fakt ist aber er zeigt dir immer nur die summe der prozesse an die in deinem aquarium stattfinden er deutet nicht auf einzelne prozesse hin nur du selber weißt wenn du etwas verändert hast wenn du neue technik einsetzt wenn du einen großen eingriff in dein becken vorgenommen hast dann kann es sein dass dieser wert aus dem ruder läuft wenn aber etwas schleichend passiert dann wirst du merken dass ein gewisser grenzbereich in dem sich der millivolt monitor bewegt was der die anzeigt über den tagesverlauf und in der nacht dann pendelt sich dort eine gewisse grenze ein ich sag mal plus minus 50 millivolt als beispiel und wenn diese distanz größer wird oder er driftet in irgendeine richtung ab dann weißt du am besten was hast du für parameter verändert was könnte die ursache dafür sein dass dieser wert jetzt aus dem ruder läuft bei mir persönlich war es so als ich die millivolt monitor gestartet habe habe ich die elektrode in ein becken eingegeben wo sehr viel kyane bakterien drin waren und der wert war erst auf 140 millivolt runter gepurzelt und steigerte sich dann ungefähr in einer woche auf 180 da blieb der dann auch stehen und nach einer weiteren woche ging er hoch auf 200 mer merkte auch die kyane bakterien sie wurden ein kleines bisschen weniger das gleichgewicht fing an sich wieder zu fangen und die kyane bakterien bildeten sich wieder zurück nach einer weiteren woche war ich bei 250 millivolt und jetzt bin ich bei ungefähr 375 ich will nicht damit sagen dass die kyane bakterien allein daran schuld waren dass dieser messwert verkehrt ist sondern also nicht im bereich ist in dem er sein sollte richtig war er ja aber die ganze balance in dem becken war anscheinend nicht in ordnung und hat dazu geführt dass das redox potenzial so tief war jetzt mit 375 millivolt habe ich ein bauchgefühl dass sich von tag über die nacht immer leicht verändert das tut es aufgrund zum beispiel der stoffwechsel der fische allein schon und durch das die zugabe von futter aber ich bin mir auf jeden fall sicher ich habe jetzt einen einen trend eine trend anzeige der ich vertrauen kann dass wenn sie aus dem ruder läuft dass ich auf jeden fall darauf achten muss meine parameter wieder in den griff zu kriegen aber es zeigt mir natürlich nur die summe von allen parametern an und nicht nur von einem speziellen ich hoffe ich habe dir den millivolt monitor von aquamedic ein kleines bisschen näher gebracht dir aufgezeigt was ist ein redox potenzial es war nur ein kleiner einblick aber ich hoffe es war interessant für dich und würde sagen du siehst mich im nächsten video